Die überladene Batterie hat den Zeppelin noch lauter gemacht. Autsch! Wir müssen Bürgermeister Besserwisser und die Kätzchen retten. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Zeppelin fliegt weg. Lasst ihn nicht entkommen. Gut gemacht. Chase, benutze dein Megafon. Lass Bürgermeister Besserwisser wissen, dass alles gut wird. Wähle einen Chase. Bürgermeister Besserwisser, können Sie mich hören? Wir helfen Ihnen, keine Sorge. Gut gemacht. Bürgermeister Besserwisser, hier ist die Paw Patrol. Keine Sorge, wir kommen, um Sie zu retten. Oh nein, er bewegt sich wieder. Hinterher, Fellfreunde. Fellfreunde, folgt dem Zeppelin. Wähle einen Fellfreund. Gut gemacht. Wir können ihn vielleicht stoppen, indem wir alle Stecker ziehen. Gute Idee, Everest. Du kannst deinen Greifer benutzen. Everest. Gut gemacht. Gut gemacht, Everest. Sky, versuche es mit deinem Haken beim anderen Lautsprecher. Fehler. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, die rechten Lautsprecher sind aus. Achtung, der Zeppelin bewegt sich wieder. Nicht aufgeben, Fellfreunde. Paw Patrol, ihr schafft das. Bürgermeister Besserwisser fliegt weg. Folgt dem Zeppelin, Fellfreunde. Gut gemacht. Schalten wir die Lautsprecher aus. Sky, benutze deinen Saugnapf. Ja, ich bin der Flughund. Wähle einen Fellfreund. Gut gemacht. Ein Lautsprecher ist noch übrig. Chase, benutze deine Winde, um ihn rauszuziehen. Wähle. Chase. Du kommst mit. Gut gemacht. Alle Lautsprecher sind aus, Ryder. Der Zeppelin ist immer noch außer Kontrolle. Marshall, benutze deine Leiter, um hochzuspringen und den Strom auszuschalten. Wähle einen. Marshall. Marshall. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh, nimm das, verrückter Zeppelin. Juhu, der Zeppelin hat sicher angehalten. Chase, benutze deine Winde, um den Zeppelin festzuhalten und zieh ihn sicher zu Boden. Das ist ein neues Kostüm. Juhu. Wähle einen. Chase. Gut gemacht. Ihr habt es geschafft, Paw Patrol. Wow, wow. Wir haben es geschafft. Pfoten stark. Oh, oh. Kann mal bitte jemand die Welt anhalten? Dieser Apparat ist wirklich durchgedreht. Dann fällt mein Chaos-Kätzchen-Fest wohl aus. Kommt, Kätzchen. Lasst uns zurück in die Nachbarstadt. Warten Sie, Bürgermeister Besserwisser. Wie wäre es, wenn wir alle zusammen ein Superfest organisieren? Eins für Hunde und Katzen. Ja, ja, ich glaube, das würde meinen Kätzchen und mir gefallen. Wir sind einverstanden. Danke, Paw Patrol. Das war so ein unglaubliches Abenteuer. Und jetzt wartet das Fest auf uns. Oh, ich kann es kaum erwarten. Bürger der Abenteuerbucht. Hiermit verkünde ich offiziell, dass das Paw Patrol Tagfest weitergehen kann. Yippie. Alles klar. Wenn ihr wieder mal in einem wild gewordenen Zeppelin feststeckt, der nicht anhalten will, ein Anruf reicht. Und jetzt Paw Patrol Bürgermeister auf zum Fest. Einsatz beendet. Seht mal, Fellfreunde, das Fest ist endlich fertig. Als das Plakat wieder da war, hat Bürgermeisterin Gutherz alles in Windeseile aufgebaut. Das ist pfotenstark. Das ist pfotenstark. Na, dann wollen wir mal nicht alle warten lassen. Paw Patrol, los geht's. Los geht's. Gut gemacht. Oh, Paw Patrol, da seid ihr ja alle. Ist das nicht wunderbar? Das Paw Patrol Tagfest ist perfekt. Jetzt seid ihr dran, denn auf diesem Fest fehlt nur noch eins. Ihr habt die Ehre, Fellfreunde. Startet das Feuerwerk. Oh, dieses Fest ist fantastisch und lecker. Oh, ja. Guck mal da. Unglaublich. Wow. Ah. Herzlichen Glückwunsch, Fellfreund. Das Paw Patrol Fest war toll. Wo kann Bürgermeister Besserwissers Zeppelin nur sein? Aber es gibt noch viele andere Leute, die Hilfe brauchen. Und ich wette, es gibt noch mehr Leckerlis auf der Welt. Viel Spaß. Einsatz beendet.